Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Tada! Und diese Military Jacket ist natürlich nicht ganz einfach zu kombinieren. Die ist schon übrigens sehr alt. Ich habe die damals bei Urban Outfitter gekauft und ich glaube, die gibt es da immer noch. Auf jeden Fall hier unten in den Kommentaren, welches Outfit ihr am coolsten findet oder welches ihr am ehesten anziehen würdet und welchen Style ihr am besten findet. Und jetzt geht es auch schon los, denn hier präsentiere ich euch meine Outfit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017